Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Kemane Gaming. Hier ist wieder King Abortus und ich zocke hier Injustice, Götter unter uns. Wie versprochen werde ich den klassischen Kampf weiterführen auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad. Erstmal werde ich mir den Charakter hier aussuchen. Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Ah da nehme ich doch den Outsider, den Skorpion und Schwierigkeit auf schwer. Ja viele viele harte Gegner die ich zu verprügeln habe, aber das werde ich ja wohl hinkriegen. Ja ich probiere mal mein Glück als Skorpion. Mit dem spiele ich gar nicht so oft. Ich kenne gar nicht so die Moves von ihm. Noch sieht es gut aus. Relativ. Habe ich jetzt das Höllenfeuer entfacht hier. Ghost Rider. Ah Flash. Dich kriege ich noch klein. Mist kurz nicht aufgepasst und schon bereut. Und den Fatality Move eingesetzt oder ist versucht. Mist. Und schon habe ich verkackt. Der hat ja sogar noch Gesundheit gewonnen. Krügel streckt wieder aus dem Raum. So. Und Flash ist Geschichte. Ja so sieht es aus. Der Joker. In so einem komischen Bleche Eimer Kostüm. Ist wohl von so einer speziellen Comic Reihe. Under the Red Hood. Aber die kenne ich gar nicht. Ich sollte jetzt auch weniger schwafeln und mehr den Joker zusammenschlagen. Spüre die Macht. Ah der ist sehr resistent gegen meine furchtbaren Angriffe. Mach hier keine Faxen Joker. Super. Und jetzt nochmal versuchen. Fatality Move. Oh schon wieder geblockt. Oh. Und diese Mini Konfrontation werde ich auch verlieren. Super. Wie unnötig. Ja. Steigt hinab ins Höllenfeuer. Klar. Jetzt wirft er auch noch mit dem Bett Granaten. Ach. Geht doch gar nicht. Oh oh. Oh nochmal versuchen. Komm einmal muss es doch klappen. Oh ja. Und genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh oh. Oh oh. Puh. Nochmal Glück ab. Puh. Los geht's. Oh Mist. Komm. Ich bin noch hier am blocken. Was soll das? Oh komm. Oh. Ich bin schon wieder geblockt. Der kann auch nicht wahr sein. Oh. Und so mega special moves hier. Klar. Und jetzt steht er genau da. Ja. Aber vermieden. Oh Gott. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Junge. Mach mich nicht fertig hier. Gott. Oh nee. Oh. 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 Ah. Vielleicht schnapp ich das noch. Ich bin auch. Wirklich viel helfen. Ist doch wohl ein Witz. Aaaaah. was für ein poser dann werde ich es erneut versuchen das war ja wohl akrobatik pur hier zwar ja schon vorahnungsfähigkeiten wie sie bei mentalist dieses mal sieht schon besser aus um einiges und nein jetzt habe ich das zu früh aktiviert ja das war sehr dämlich das war gut total scheiße ja dann wird die konfrontation wahrscheinlich gewinnen ja aber vielleicht schaffe ich es jawohl endlich wer war das nochmal sinistro der erzfeind von green lantern oder einer der großen feinde er arbeitet auch viel mit fernangriffen ja 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 der lässt mich nicht das ventil drin mein gott kann er diese skorpion krallen mal weglassen ja ja der hat gesessen ah tor ja ja Kann doch jetzt nicht wahr sein, oah. Gut, das heißt dann erneut versuchen. Ja, ich gehe schon ganz stümperhaft an diese Sache heran, aber ich bezweifle, dass meine Skills ausreichen, um das in einem Durchlauf zu schaffen. Ja, diesmal sieht es aber auch wieder besser aus. Ah, immer im falschen Moment. Ja, jetzt macht er hier seine Psycho-Krallen hier wieder. Boah. Lass mich doch nur einschlagen. Oh Gott. Geht doch. Und nochmal versuchen. Es kann nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt hier so ein Mega Fail wird. Ja, das hat ja nicht sehr gut geklappt. Na ja, ich werde das jetzt beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play, nochmal weiterhin probieren. Ich werde aber einen neuen Kämpfer wählen. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Ciao, euer King Abortus.